Unter Umständen wird einmal der Tag kommen, an dem wir, peinlich berührt, auf die größten Dummheiten des einen Deutschland, auf die größten Dummheiten des anderen Deutschland und auf die größten Dummheiten des geeinten Deutschland zurückblicken werden. Vielleicht blicken auch andere auf uns. Ganz sicher, ganz vorne mit dabei, der Verbot des Kompaktmagazins. Ich erinnere, ich habe verboten. Nun, dass Dossi... Mehrfach will oder eher muss ich mich in dieser Woche direkt und indirekt mit der Sache befassen. Heute beginnen wir aber mit Elsässers Jürgen selbst. Ich habe immer gesagt, meine Zielgruppe ist die Friseuse. Ja, was interessiert die Friseuse, das muss auch Sinn werden. Und schon greift er in die ergrauten Strähnen. Nein, die Friseuse ist nicht die Zielgruppe der kleinen Audiodatei. Liebe Kulturfreunde und Freundin Don, Schlagerfreunde oder Schlagerfreundin Don und wenn wir alle mal ganz erschöpft sind, liebe Schafe... Ein Stress uns ereilt. Schnell mal ein Schafscheren. Und nun, dass Dossi... Jürgen Elsässer gab dem Deutschlandkurier ein Interview. Gern nochmal... Zum Stand nach der Aufhebung des Verbotes. Wir haben zwei Ebenen. Das eine ist die juristische Ebene. Nach dem Eilverfahren beginnt das Hauptsacheverfahren. Das dürfte allerdings mindestens zwei Jahre, eher drei oder vier Jahre sogar dauern. In dieser Zeit sind wir vor dem Verbot geschützt. Das ist für uns sehr wichtig. Es bietet die juristische Sicherheit, dass wir weiter loslegen können. Organisatorisch brauchen wir aber noch ein bisschen. Das ist auch die Schuld des Bundesinnenministeriums und der angeschlossenen Behörden, die unser ganzes Material, unser Kapital, unsere Konten, unsere Computer beschlagnahmt haben. Und die müssten schnell übergeben werden. Ich rechne da aber mit einer Hängepartie, wo wir juristisch nachfassen müssen. Und natürlich will man schnell publizistisch wieder tätig werden. Die Septemberausgabe werden wir vermutlich überspringen müssen, weil wir da noch nicht bereit sind, im gewohnten Standard liefern zu können. Wir haben jetzt erstmal die Augustausgabe. Die ist ja schon gedruckt worden. Lag dann auf Eis wegen des Verbots. Die kommt jetzt aus der Druckerei. Nächste Woche kann jetzt schon vorbestellt werden. Nähere Angaben zur Vorbestellung auf meinem Kanal bei X. Das Dossi. Und der nächste Schritt ist dann, Kompakt TV wieder ins Laufen zu bringen. Unser Studio ist ja auch beschlagnahmt. Und was schlimmer ist, wir mussten die Räumlichkeiten des Studios kündigen, weil wir die Miete nicht mehr bezahlen konnten. Wir müssen uns also auch ein neues Studio suchen. Deswegen rechne ich nicht vor Anfang September mit dem regulären Sendebetrieb. Wir werden aber vorher einige Sondersendungen vermutlich schalten. Und wir steigen dann ein mit der Ausgabe, die nach den Brandenburg-Wahlen produziert wird. Die Brandenburg-Wahl ist ja am 22. September und die letzte dieser drei entscheidenden Landtagswahlen. Das heißt, wir können dann mit dieser Ausgabe eine Bilanz vorlegen. Und wir hoffen natürlich, dass wir einen blauen Ministerpräsidenten, sei es Jörg Urban, sei es Christoph Berndt oder sei es Björn Höcke oder alle drei, aufs Cover bringen. Zweifelsfrei, Jürgen Elsässer ist auf dem Höhepunkt seiner publizistischen Schaffenskraft. Und das weiß er. Danken kann er Nancy Faeser. Da ich andere Leute ungern als blöd einstufe, stelle ich mir schon manchmal die Frage, können politische Entscheidungen, die ja nicht von Einzelpersonen getroffen werden, so blöd sein? Oder will man den publizistischen Aufstieg des Jürgen Elsässer, wie er richtig einschätzt? Seinen 40.000 Abonnenten kennen ihn zwei, vielleicht auch drei oder vier Millionen Menschen. Nach dem ganzen Rummel der letzten Wochen dürften es 50, 60 Millionen sein. Zwei Pressekonferenzen gab er in der vergangenen Woche, eine gemeinsam mit der AfD, eine selbst. Es lohnt sich diese anzuschauen. Trotz der mäßigen Qualität, man findet sie auf YouTube. Journalisten auch von ARD und Spiegel NTV gaben Fragen. Elsässer beantwortete genüsslich. Seine Frau schaltete sich ein auf die Frage, dass Leute von der NPD bei Kompakt arbeiten würden. Großzügig erklärte sie, auch Linke würden bei Kompakt arbeiten. Sie selbst war mal Mitglied der CDU. Hörer der kleinen Audiodatei wissen das, weil ich mich mit den Dingen beschäftige, worüber ich berichte. Mit viel Humor stoch Elsässer nach. Ich komme Ihnen entgegen, nehmen Sie die Beschäftigung als Art der Resozialisierung. Schalten wir mal ein in die eigene Kompakt-Pressekonferenz. Ja, der gestrige Tag war der wichtigste Tag zur Verteidigung der Pressefreiheit seit der Spiegel-Affäre 1962. Wie die neue Marilyn Manson Single. Mach es einfach geil. Meine Mitschlager, die beiden aktuellen Marilyn Manson Schlager nur auf Radio Marabou. Paule Klemm vom Kompakt TV auch bei selbiger Pressekonferenz. Wir erfahren riesige Unterstützung weiter, wo das patriotische Lager hinaus. Also man kann Ferser fast schön dankbar sein für das, was sie gemacht hat. Weil das Interesse ist so groß wie nie an unserer Arbeit. Und natürlich auch die Unterstützung für unsere Arbeit ist so groß wie nie. Und mit dieser Unterstützung, also es werden schon Spenden gesammelt, zum Beispiel von Solifon von 1%, damit wir schnell wieder an den Start gehen können. Mit dieser Unterstützung können wir auch sehr schnell wieder mit TV an den Start gehen, weil das ist eben unser Aushängeschild. Unsere tägliche Sendung, die wir gemacht haben. Jeden Tag, 20 Uhr unter der Woche, Rennpunkt des Tages. Und den werden wir jetzt schnell wieder angehen. Und er wird größer und besser sein als jemand Super. Ich sag's doch, hochinteressant, die Zusammenfassung der Vorgänge durch den Rechtsanwalt Laurens Notdurft. Einen siebenminütigen Teil werde ich jetzt 1 zu 1 übernehmen. Ich fand den Detailreichtum interessant. Umfangreichstes Material, einige Seitenzahlen werden genannt, wurde hier in unendlichen Arbeitsstunden zusammengetragen. Hören Sie das mal unter dem Gesichtspunkt des finanziellen Aufwands. Ich bin heute hier in Ihrem Kreis, um über das Verfahren, den bisherigen Gang und auch die weitere Aussicht berichten zu können. Lassen Sie mich kurz die Chronologie vorstellen. Wie Sie alle mitbekommen haben, erfolgte am 16. Juli 2024 das Verbot. Und Frau Bundesinnenministerin Faeser trat vor die Presse und erklärte, ich habe heute das rechtsextremistische Magazin Kompaktverbot. Das Verbot erfolgte mit der Anordnung des Sofortvollzugs gegenüber dem bundesweiten Kompaktmagazin, gegen die das Magazin herausgebende Kompaktmagazin GmbH, gegen deren Tochtergesellschaft und gegen acht in der Verbotsverfügung namenslich bezeichnete Journalisten sowie Redaktions- und Verlagsmitarbeiter. Die Verbotsverfügung hat 91 Seiten und eine Fülle von Einzelvorwürfen. Wesentlich ist, dass die Bundesinnenministerin Faeser das Verbot vor allem mit der Reichweite und der Verbreitung von Kompakt gegründet hat. Diese begründet die Gefährlichkeit. Sie nimmt daran Anstoß, dass es sich um ein Medium handelt, das wegen seiner außerhalb des Mainstreams liegenden Positionen und seiner neutralen Berichterstattung über oppositionelle Kräfte wie die Partei Alternative für Deutschland oder das Bündnis Sarah-Wagenknecht für Furore gesorgt hat und vielfältigen Anfeindungen ausgesetzt war und ist. Nach Darstellung des BMI betreiben Kompakt die Pressearbeit allenfalls als Nebenaspekt. Tatsächlich missbrauche sie die Pressefreiheit, um als Sprachrohr für die politische Rechte wirken zu können. Mit dieser Entscheidung hat Frau Faeser ein wesentliches Sprachrohr der Opposition in Deutschland zum Schweigen gebracht. Was bedeutete das konkret? Es erfolgte eine vollständige Wegnahme der Redaktions- und Betriebsmittel im gesamten Medien- und Pressehaus. Aber nicht nur die Arbeitsmittel, sondern auch die immateriellen Güter, die für die Pressearbeit erforderlich sind, wurden weggenommen. Die Verwendung der Wortbildmarken, der Accounts, der Zeichen wurden unter Strafanbogen verboten. Sämtliche Konten des Unternehmens, der Unternehmens, aber auch der weiteren Beteiligten, einschließlich der privaten Vermögensgegenstände, wurden weggenommen. Hier wurde ein Unternehmen und sein Umfeld restlos abgeräumt und, man muss es sagen, die Absicht ist klar, auch in ganz weiten Teilen handlungsunfähig gemacht. Die übermittelte bundesweite Asserratenliste allein hat 178 Seiten. Am 24. Juli 2024 wurde Klage eingereicht mit Eilantrag beim Bundesverwaltungsgericht. Der Antrag ist die Verfügung des Bundesministeriums des Innern, BMI, vom 5. Juni 2024, Aktenzeichen ÖS 2320106-2 aus 24, zugestellt am 16. Juli 2024, wird aufgehoben. Daneben wurde im Eilverfahren beantragt, zu beschließen, die aufschiebende Wirkung der Klage vom 24. Juli gegen die Verfügung des Bundesministeriums des Innern vom 5. Juni, wird wiederhergestellt bzw. angeordnet. Daneben wurde auch noch ein Antrag auf Rückmachung der Vollzugsvorwürgen gestellt, durch Freigabe der eingezogenen, sichergestellten und beschlagnahmten Vermögens- und Sachwerte und Rechte. Der Schriftsatz hatte 19 Seiten. Am 25. Juli gab das Bundesverwaltungsgericht dem BMI auf, in 10 Tagen Stellung zu nehmen und die Verwaltungsvorgänge bis spätestens 1. August vorzulegen. Am Abend des 2. August, Freitagabend, konnte dann auch tatsächlich die Abholung der über 7.200-seitigen Verwaltungsvorgänge in Leipzig beim Bundesverwaltungsgericht erfolgen. Am 5. August, am letzten Tag der Frist, ging auch die Stellungnahme des Bundesministeriums des Innern ein, vertreten durch die Großkanzlei Renegger, Verfahrensbevollständigt durch Herrn Prof. Muth. Die Erwiderung hat 121 Seiten und nimmt Bezug auf mehrere 100 Belegen. Am 6. August mittags übermittelt das Bundesverwaltungsgericht die Stellungnahme des Bundesministeriums des Innern mit der Gelegenheit zur abschließenden Stellungnahme bis Freitag, den 9. August, 11 Uhr. Das sind eine Frist von weniger als drei Tagen. Innerhalb der Frist am 9. August ging die Stellungnahme der Antragsteller beim Bundesverwaltungsgericht ein. Sie umfasst 16 Seiten. Noch am Mittag des 9. August übermittelt das Bundesverwaltungsgericht die Stellungnahme an das BNI mit der Gelegenheit zur nochmaligen Stellungnahme bis zum Sonntag, den 11. August, 12 Uhr. Am Sonntag, den 10. August, um 23.27 Uhr, erwidert das BNI durch die Großkanzlei Renegger und Herrn Prof. Roth beim Bundesverwaltungsgericht mit 28 Seiten. Erst am 13. August übermittelt das Bundesverwaltungsgericht die letzte Stellungnahme des BNI mit der Bemerkung, dass die Übersendung zur Kenntnisnahme erfolgt. Klar war, in dem Moment, die Entscheidung steht unmittelbar bevor. Schließlich rief das Bundesverwaltungsgericht gestern Mittag an und teilte mit, dass die Entscheidung gefallen ist. Übermittelt wurde ein Beschluss, der sich allerdings rund der Klappenzeit darauf beschränkt, den Entscheidungsthema wiederzugeben. Dieser lautet, die aufschiebende Wirkung der Klage des Kompaktmagazins GbH gegen die Verbotsverfügung des Bundesinitiere und des Innern und für Heimat vom 5. Juni 2024 wird, soweit in mir die sofortige Vollziehung angeordnet worden ist, mit Maßgaben wiederhergestellt. Jürgen Elsässer auf die Frage, ob der Staat nun alle Produktionsmaterialien zurückgeben muss. Ne, der Staat muss alles zurückgeben und er muss alles schnell zurückgeben. Das ist klar, trotzdem rechnen wir damit, dass wir nachfassen müssen. Aber wir werden alles zurückbekommen und wenn sie es zu spät liefern, werden wir weitere Schadensersatzforderungen stellen. Wir werden sowieso Schadensersatzforderungen stellen, weil wir konnten etwa vier Wochen lang nicht mehr produzieren und keine Umsätze mehr erzielen. Diesen Schaden muss uns Frau Faeser oder die Bundesregierung jedenfalls ersetzen. Das ist ganz klar. Gut, wenn ich wählen müsste, ob unsere Steuergelder dazu verschwendet werden, ukrainische und russische Menschen zu zerfetzen oder eben hier bei diesem Unfug versenkt werden, dann hat dieser Unfug ja wenigstens auch Unterhaltungswert. Sehr ehrliche Worte von Elsässer über sein Unternehmen, das machen nur wenige Unternehmer. Ja, also von Bakkis ist ja ein sehr gesundes Unternehmen und wir haben einen Jahresumsatz von ungefähr drei Millionen Euro gehabt, Tendenz steigend, das heißt, die Firma hat auch dicke Finanzpolster. Wenn wir das Geld wieder bekommen, haben wir eine hohe finanzielle Schlagkraft und unsere Auflage, unsere Reichweite wird sich ja vervielfachen nach dem, was jetzt passiert ist. Es war ja von Frau Fäßer im Grunde die größte Werbemaßnahme für Kompakt, die man sich vorstellen kann. Vorher kannten uns vielleicht zwei Millionen Menschen in Deutschland, also jeder dritte AfD-Wähler, sage ich mal. Heute denke ich, dass sie uns 60 Millionen kennen und das heißt, unser Potenzial an Reichweite ist ungeheuerlich und analog werden natürlich auch die Einnahmen steigen, da mache ich mir gar keine Sorge. Allerdings hängt es natürlich sehr davon ab, dass die Gelder jetzt auch schnell freigegeben werden, denn sonst kommen wir hier in eine Durststrecke rein, wo mit privaten Geldern Mitarbeiter über Wasser gehalten werden müssen. Da habe ich zum Teil schon Privatgeld investiert. Das ist natürlich kein Zustand und wir werden jetzt auch, solange die Geräte noch nicht da sind, die Büros nicht eingerichtet werden können, provisorisch Geräte für die Übergangszeit kaufen oder wenigstens leihen müssen. Das ist alles nicht ganz günstig. Aber sobald diese Eilentscheidung von der Gegenseite exekutiert wird und wir Kapital und Ausrüstung zurückbekommen, sind wir wieder voll einsatzfähig und werden mit weitaus größerer Schlagkraft wie bisher in die Offensive gehen. Mit einem Glas Sardellen wird daraus die Sardellen Offensive haben. Wir haben gesagt, kompakt ist die Bildseitung von rechts. Das habe ich immer als Kompliment verstanden. Wir haben die Themen angezündet, die auch die Friseurin oder die Verkäuferin im Supermarkt interessiert und gerade nicht so Insiderisch. Wir haben zum Beispiel lange Monate überhaupt nichts über die AfD geschrieben, weil die AfD lange Monate auch langweilig war. Da haben wir gesagt, die AfD steht uns politisch nahe, aber wenn die nichts in Gang bringen, dann werden wir nicht ihre Öffentlichkeitsarbeit machen. und was, ich habe immer gesagt, meine Zielgruppe ist die Friseuse. Was interessiert die Friseuse, das muss aufs Titel bilden. Das Fachmagazin für die gepflegte Friseuse, bald wieder am Start, ich denke so laut und heftig wie die neue Marilyn Manson. Die neue Marilyn Manson, mehr schlagert dieser Art rund um die Uhr auf Radio Marabou Europe's Autonative Music hier in der kleinen Audiodatei geht es gleich weiter mit mehr Wort, Wort, Wort. Wort, Wort, feud, ist mit Mark was glaube ich, 好像 Liebe Schlagerfreunde, liebe Rechtsextremisten und Rechtsextremist-Ton-Ton, am 19. August 2024, Montag, dürft ihr auch in der Audiodatei Abschied von einem nehmen, der einer der euren war, Alain Delon. Haben Sie das in Ihren geheuchelten Nachrufen auch erwähnt? Bin nicht sicher mir? Wikipedia verrät, er war französischer Patriot, verehrte Bonaparte Charles de Gaulle, aber auch persönlich befreundet war er mit Jean-Marie Lepin, dem Alten von Marie. Homosexualität nannte er gegen die Natur. Aus dieser Single-Realisation beehrte er die unteren Regionen der europäischen Hitparaden 1987. Ganz interessant noch, ins Filmgeschäft eingeführt wurde er von einer Brigitte Aubert, die man auch sah im Hitchcock-Streifen über den Dächern von Nizza. Sie war damals 10 Jahre älter wie Alain, aber sie lebt noch. Sie wird im nächsten Jahr 100 Jahre alt. Wir drücken die Daumen. Dass meine Freundin den Tatort schätzt, ganz besonders die aus Münster, das habe ich ja hier, glaube ich, schon mal erzählt. Und so fanden wir uns gestern viertelten neun vor dem Fernsehbildschirm ein, sahen dann etwas ganz anderes. Es entfachte ein Dialog. Ich hielt es für eine Art Satire innerhalb des Tatorts. Meine Freundin rief, so ein Unfug, das kann nicht sein, bediente sich den Nachfragemöglichkeiten des Internets und fand Kinderstören statt Tatort. Eine Sondersendung um Kinder sorgen ihre Themen. Ich muss Ihnen offen gestehen, ich habe selten etwas Grässlicheres gesehen. Das war für mich Sektenfernsehen, über dessen Abschaffung dringend nachgedacht werden müsste. Sollten wir uns noch einmal um einen vernünftigen Gesellschaftsentwurf bemühen. ARD und ZDF singen heute aus IFF. Kinderrechte und Kapitalismus? Ich muss lachen, der ist im Ernstfall Polio für alle, siehe Gaza. In der DDR, so erinnere ich mich, hatte die Jugend einen Platz im Parlament. Und wer jetzt die Augen verdreht, dem sei gesagt, niemand will eine kommunistische Diktatur. Die Lehren aus diesen vielen Jahrzehnten aber auszublenden ist töricht. Auch wenn man Meldungen wie diese einordnen will, die islamische Gesellschaft in Deutschland beklagt laut Sprengers Welt eine spirituelle Obdachlosigkeit. Tja, vielleicht hängt die auch mit dem Gesellschaftssystem zusammen. Der Krieg muss nach Russland getragen werden. Das und nichts anderes ist Kapitalismus. Partieller Wohlstand dient nur der Ablenkung. Das erkennen nun auch immer mehr. Stellvertretend möchte ich Paul Brandenburg, selbst sicherlich Kommunistenfresser, nennen. Auf seinem Telekilogramm-Kanal erfreut er mich heute mit folgenden Worten. Sie alle wurden mit Vorsatz begangen und waren lange geplant. Die Impfmorde, die Umvolkung durch Massenmigration, die Deindustrialisierung und die Aushöhlung unseres Grundgesetzes. All das werden Sie von mir in dieser Form nicht hören. Aber wer sich mal ernsthaft Gedanken macht, wird für all das Indizien finden. Und ich muss Ihnen sagen, die Freunde aus meinem Umfeld, die ich nicht gerade direkt dem Marxismus zuordnen kann, sind für diese Darstellungsform mittlerweile offen. Weiter, wer angesichts der erdrückenden Beweislage heute noch immer von Fehlern der Politik oder schwarzen Schafen im Staatsapparat spricht und wer deswegen vor überrissener Kritik am Regime warnt, der ist entweder ein Idiot oder ein Mittäter. Die EU, die mal ein Friedensprojekt sein sollte, schlafwandelt Schritt für Schritt in Richtung Krieg. Zwei Einordnungsmöglichkeiten für Aussagen wie diese haben sie von Paul Brandenburg erhalten. Ich bin sehr dankbar, an so einem wunderbaren Tag bei euch an der Küste sein zu dürfen. Aber nochmal zurück zu dem Kinderkram auf ARD. Es moderierte Karolin Kebekus, die ich noch nie sah, aber aus einem Schlager kenne, der vor etlichen Jahren Nummer 1 der deutschen Hitparade war. Sturmmaske auf von Kollegah und Farid Beng. Ihre Würdigung dieser Komikerin. Karolin Kebekus macht auch paar Witze, doch wer dich nur defekt ist, zu faul zum Wichsen. Wollen wir dieses künstlerische Werk interpretieren? Äh, ich höre gerade aus der Regie, es ist nicht nötig. Na gut, dann hören wir uns es aber nochmal an. Karolin Kebekus macht auch paar Witze, doch wer dich nur defekt ist, zu faul zum Wichsen. Auf nach Halle, Sachsen-Anhalt. Es ging um der Feuerteufel, Großbrand im Zentrum, Highfield Festival bei Leipzig, Brand im Riesenrad, ging auch international rum und Autounfall im Parkhaus. Eine 64-Jährige verwechselt Bremse mit Gaspedal, durchbricht eine Absperrung, stürzt mehrere Etagen in die Tiefe, landet auf dem Dach, schwer verletzt. Ganz unten im MDR-Bericht finde ich, es war ein Elektroauto. Tja, wir wissen, das ist sehr schwer von Gewicht. Und beschleunigt verwechselt man das Pedal. Sehr, sehr zügig. Mein Kommentar, da hatte man in Halle noch viel Glück. Dieser Mann meint, die Ukraine will eine Pufferzone in Russland schaffen. Kollege Alexander Lukaschenko verlegte Truppen an die Grenze zur Ukraine, von Weißrussland aus. Der Kreml dementiert Verhandlungspläne. Die UNO nennt 2023 das bisher tödlichste Jahr für humanitäre Helfer. Sicherlich auch dank Gaza. Die Hamas lehnt Verhandlungsvorschläge ab. Israel will Foltervorwürfe gegen eigene Soldaten untersuchen. Vielleicht wäre die BRICS nicht die schlechteste Idee. Eine Schiffskollision gab es zwischen China und Philippinen. Und Libyens Zentralbank stellt die Arbeit ein, Grund die Entführung eines Mitarbeiters. Und die ARD stellt fest, die Mietpreisbremse bremst nicht. Marcello, vielen Dank für die Nachricht. Danke, danke, wir wollen noch einmal auf unsere Kunstinterpretation zurückkommen. Karolin Kebikus macht auch paar Witze, doch wer dich schnurte fickt, ist zu faul zum Wichsen. CSD in Leipzig. Polizei zieht positive Bilanz aus dem Jenseits. Grüßt Alain Delau. Wetter, Mar-U, Wetter. Sonne, Wolken, Regen noch im Süden. Ab Mittwoch kühler im Norden, Schauer und Gewitter. Perspektive wechselhaft. Mach das. Alternative Music.